Das ist aus und das ist vorbei, nie wieder, vorbei, aus und vorbei. Aber nein, Tom, nicht vorbei. Am Samstag noch einmal Orgum To Go im Festzeit der Residenz in einem Markt um 20 Uhr. Noch einmal, letztes Mal, juhu! Ja, alle von mir, Sommer ist fast, es ist ein Pompassier. Es ist Sommer, ab ins Gummiboot. Der Winter hat sofort raus. Bertomio Orgum To Go. Sichern Sie sich jetzt Tickets für das letzte Tourkonzert in Neumarkt in der Oberpfalz. Karten können Sie jetzt voreservieren bei der Tourist-Info der Stadt Neumarkt unter der 09181 255 125 oder per E-Mail an info at bertomio.de Bertomio Orgum To Go. Wir sehen uns in Neumarkt.